Herzlich willkommen zum nächsten kleinen Video. Heute geht es um ganzheitliches Planen und Bauen. Was ist das, was verbindet sich damit und warum ist das wichtig bei nachhaltigen Gebäuden? Auch dazu wieder einige Aspekte, wie Sie das schon kennen, eine kleine Einführung in das Thema und auch dann die zentralen Kriterien dafür. Warum ist das wichtig? Welche Relevanz hat das, ganzheitlich zu planen? Wie Sie auch schon aus dem ersten Modul Nachhaltigkeit wissen, besteht Nachhaltigkeit ja aus verschiedenen Aspekten. Dem ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekt. Und dass eine Ausgewogenheit dieser drei Bereiche angestrebt wird. Also ich muss immer die gesamte Sache im Auge behalten und kann mich nicht, sollte mich nicht auf einen Aspekt nur fokussieren und den verstärkt entwickeln. Also auch die Entwicklung einer optimalen Ökonomie ist eigentlich nicht im Sinne der Nachhaltigkeit. Und dafür muss ich interdisziplinär zusammenarbeiten. Und da kommt Ihnen als Auditor, Auditorin eine zentrale Funktion zu. Und mit den Hilfsmitteln der DGNB-Kriterien können Sie so auch eine möglichst große Ausgewogenheit erreichen. Und das erfordert zwangsläufig eine neue Denkweise. Also sich nur zu fokussieren auf die Errichtung eines Gebäudes ist nicht nachhaltig, sondern ich muss hinkommen zu einer lebenszyklusorientierten Planung. Deswegen nimmt das auch so einen großen Raum ein später in unserer Vorlesungsreihe, wenn es um Ökobilanzierung und Lebenszykluskosten geht. Weil das zwei prototypische Bereiche sind des lebenszyklusorientierten Plans. Was gilt es denn zu beachten, wenn ich von Ganzheitlichkeit spreche? Ich muss natürlich die Lage, den Kontext und die Gestaltung berücksichtigen. Den Nutzer muss ich berücksichtigen, also die Nutzerbedürfnisse. Natürlich Umweltschutz und Ressourceneffizienz. Aber auch die Lebenszyklusbetrachtung hatten wir eben und die Wechselwirkungen. Und jetzt gucken wir uns diese fünf Aspekte kurz der Reihe nach an. Lage, Kontext und Gestaltung hatten wir auch schon. Da ging es um den Begriff des autochtonen Bauens, wie wir ihn hier selber sehen. Also ein klimaangepasstes Bauern mit lokalen Baustoffen, auch das, also ein in sich gekehrtes Bauern sozusagen, ist ein sehr starker Aspekt der Nachhaltigkeit. Also wenn ich darauf keine Rücksicht nehme, das sehen wir gleich an ein paar Beispielen, kann man schon voraussehen, dass das kein nachhaltiges Gebäude sein kann. Beispiel ist die Sonneneinstrahlung, die Sonnenstandshöhe, die Sonnenscheindauer. Das muss ich natürlich berücksichtigen. Das ist irgendwie völlig logisch, dass ich das tun muss. Nichtsdestotrotz, wenn man sich viele Großstädte anschaut, scheint das überhaupt keine Rolle zu spielen, ob diese Stadt, also wo diese Stadt errichtet wird. Wie groß der Kühlbedarf ist und so weiter, wie die Außenlufttemperaturen sind und so weiter. Das reine autochtone Bauen ist sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig und muss auch nicht unbedingt in dieser Reinkultur immer durchgeführt werden. Man kann sich da aber einem Optimum annähern. Also als Beispiel mit einem Motor lässt sich praktisch jedes schwimmende Objekt in ein Boot verwandeln und genauso kann ich natürlich auch das Adaptieren für Bürogebäude. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Den muss ich aber ganz früh auch schon wieder berücksichtigen. Und da kann der Auditor, die Auditorin helfen. Wir werden im nächsten Kapitel sehen, Gestaltung und Soziales. Durch diese Aspekte kann ich diese Ganzheitlichkeit auch wiederum unterstützen. Also auch da merken wir, das gehört zusammen. Zweiter Aspekt, der Nutzer muss im Mittelpunkt stehen, sollte im Mittelpunkt stehen. Auch das führt zu einer akzeptierten, nachhaltigen Immobilie, weil sie nämlich den Nutzeransprüchen genügt. Auch da kann ich zum Beispiel auf den Nutzer, ich kann ihn befragen, ich kann ihn beteiligen am Wettbewerb oder am Entstehungsprozess. Auch da spielt zum Beispiel ein Aspekt des nächsten inhaltlichen Moduls, nämlich die soziale Mischung, die funktionale Mischung eine wichtige Rolle. Auch das sind alles Aspekte einer ganzheitlichen Betrachtungsweise, einer Planungs- oder Bauaufgabe. Aspekte des Ressourcen- und Umweltschutzes hatten wir in den vergangenen inhaltlichen Modulen vertieft. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so verstärkt drauf eingehen. Und ganz wichtig, dieser vierte Aspekt, der wird später uns nochmal sehr lange beschäftigen, die lebenszyklusorientierte Betrachtungsweise. Also ich baue heute, aber für die nächsten Jahrzehnte. Was muss ich dabei berücksichtigen? Dann die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen. Also es sind Einzelbereiche, Biodiversität, Städtebau, Mobilität, Konsum, Logistik, Energieversorgung und sicherlich zahlreiche mehr. Aber die schwimmen nicht für sich alleine in der Gegend rum, sondern die sind vernetzt. Und das ist irgendwie logisch auch, dass die sich gegenseitig bedingen. Also Beispiel Biodiversität und Städtebau bedingen sich natürlich. Also ich verbrauche Flächen, also beeinflusse ich durch den Städtebau die Biodiversität. Aber eine höhere Diversität sorgt auch für Wohlbefinden und beeinflusst das Stadtklima positiv. Genauso beeinflussen sich die anderen Bereiche. Und ich kann jetzt eine immer tiefere Ebene einnehmen. Ich habe eine Flächenkonkurrenz zwischen Energieversorgung und Biodiversität zum Beispiel, wenn ich das objektnah realisieren möchte. Logistik beeinflusst Biodiversität und natürlich auch den Städtebau und so weiter. Ich kann jetzt verschiedene Ebenen aufziehen und Stufen untersuchen und stelle fest, dass sich dadurch halt dieses ganzheitliche Netz ergibt. Dass ich also selten einen Aspekt nur beeinflussen kann, sondern es gibt immer diese Abhängigkeiten. Ein Beispiel dafür ist die bauliche Dichte, die wir uns jetzt mal im Detail anschauen wollen. Auch da gibt es diesen Aspekt der Nachverdichtung. Das hatten wir beim Bereich der Ressourceneffizienz auch schon. Und dieser Bereich bauliche Dichte beeinflusst natürlich sofort offensichtlich die Erschließungskosten als Beispiel. Wir sehen natürlich logisch, dass je mehr Wohneinheiten ich auf eine Fläche unterkriege, der Anteil der Erschließungskosten vor allem für den Grundstücksbesitzer sich dramatisch reduziert. Mit den Konsequenzen, ja. Also dass ich natürlich enger zusammenlebe und das muss ich auch organisieren. Wechselwirkung zwischen Wohnformen und Raumbedarf, Flächenbedarf sehen wir hier am Beispiel von drei verschiedenen Szenarien. Das hängt natürlich mit der Mehrfachnutzung von einzelnen Wohnbereichen zusammen, wie links Hygienebereiche, Wohnbereiche, Küchenbereiche. Wenn ich das gemeinsam nutze, brauche ich es eben nur einmal. Zwar etwas größer, aber ich brauche es nur einmal. Wohingegen ich bei drei separaten Wohnungen, ich das Ganze jeweils dreimal brauche. Also auch da gibt es eine Wechselwirkung. Oder Wechselwirkung zwischen Wärmebezugsdichte und der Wirtschaftlichkeit ist relativ offensichtlich. Wir sehen jetzt hier verschiedene Bebauungsformen, Blockbebauung, Zeilenbebauung, Plattenbebauung, Einfamilienhaus, locker, dicht und so weiter. Was ein bestimmtes Maß der baulichen Nutzung, also Grundflächenzahl auf der X-Achse, dann erfordert bzw. ermöglicht. Und das hängt natürlich dann auch zusammen mit der Energiebezugs- oder Wärmebezugsdichte. Also wie viel Kilowatt, Megawatt brauche ich pro Quadratkilometer, wenn ich das zum Beispiel mit einer lockeren Einfamilienhausbebauung realisiere. Dann sehen wir hier, dass ich da eine Energie- oder Wärmebezugsdichte habe von vielleicht 10 bis 15 Megawatt pro Quadratkilometer. Wohingegen ich bei einem Mehrfamilienhaus 90 plus eine höhere bauliche Dichte erreiche, aber durch die sehr niedrige Energie, den niedrigen Energiebedarf auch nur eine sehr geringe Wärmebezugsdichte erreiche. Und die ist durchaus erstmal ja nicht schlecht, aber für bestimmte Bereiche schlecht, nämlich es geht jetzt um die Wärmeversorgung über ein Fernwärmenetz. Da brauche ich nämlich eine bestimmte Wärmebezugsdichte, um das Ganze wirtschaftlich betreiben zu können. Und da sehen wir jetzt zwei Untersuchungen aus dem Bereich, einmal aus dem Jahr 87, ist sicherlich schon ein bisschen älter, eine etwas neuere aus dem Jahr 2006, die halt bestimmte Grenzen herausgefunden hat, einer Mindestwärmebezugsdichte, Mindestwärmebezugsdichte für die wirtschaftliche Versorgung mit Wärme, also Fernwärmenetze, Nahwärmenetze. Und das heißt, aus Sicht einer wirtschaftlichen Fernwärmeversorgung ist wiederum auch gefordert, eine Mindestbebauungsdichte von 0,7 Grundflächenzahl. Und das heißt automatisch, dass ich bei bestimmten Objekttypen hängen bleibe. Das heißt, wenn ich das Ziel habe einer Fernwärmeversorgung, einer wirtschaftlichen Fernwärmeversorgung, brauche ich nicht über Einfamilienhaussiedlungen nachdenken. Ja, da muss ich mindestens eine dieser größeren Organisationsformen wählen. Oder andersrum, ich kann ein locker bebautes Einfamilienhausgebiet nicht wirtschaftlich mit einer Fernwärmeversorgung betreiben. Das ist relativ selbsterklärend, auch über so ein grobes Schema da. Und da werden viele Fehler gemacht an der Stelle auch. Anderes Beispiel, die Wechselwirkung zwischen Bebauungsdichte und Energiebedarf für den Verkehr. Auch da erkennen wir einen Zusammenhang zwischen der städtischen Bevölkerungsdichte in Personen pro Hektar und der Transportenergie pro Kopf in Megajoule. Auch da sehen wir, dass die Städte mit einer sehr hohen baulichen Bevölkerungsdichte sehr geringe Transportenergie nur benötigen. Wohingegen lockere Bebauungen, also auch große Städte, aber eine geringere Dichte, sehr stark überproportional mehr Energie für den Transport benötigen. Jetzt kann ich das nicht erzwingen, aber ich kann es bei der Städteplanung entsprechend forcieren. Auch das sehen wir am Beispiel Kopenhagens. Wenn ich ermögliche, durch eine gute Mischung und Infrastruktur, dass ich dann Fußgängern, Fahrradfahrern und Bussen Vorrang gebe vor dem motorisierten Individualverkehr, dann kann ich da ganz viel erreichen. Mal ganz plakativ dargestellt an diesen drei Abbildungen, die Sie vielleicht auch kennen. Und wenn man da sieht, wie hoch ist der Flächenbedarf dann jeweils von der zur Verfügung stehenden Fläche, dann erkennt man da schon sehr deutlich Unterschiede. Natürlich ist das Äpfel mit Birnen verglichen. Das hängt ja von der Transport, also von verschiedenen Randbedingungen ab. Aber auch da habe ich ja wieder Wechselwirkungen. Also wann kann ich denn mit dem Fahrrad zum Büro fahren, wenn es funktional durchmischt ist? Das ist das nächste Kapitel. Also auch da gibt es ja Abhängigkeiten. Und das kann man sich mal anschauen für Deutschland und drei Städte, Stuttgart, Wien und Freiburg. Und wir sehen da ein sehr unterschiedliches Profil der Transportmöglichkeiten. Also des Transportsplits zwischen motorisiertem Individualverkehr, Bustransport, Fahrrad- und Fußgängerverkehr. Auch das beeinflusst weitere Aspekte, nämlich zum Beispiel die Wertentwicklung oder Werthaltigkeit. Wenn ich jetzt aus dem, wenn ich den motorisierten Individualverkehr rückbauen kann, zurücknehmen kann, das ermögliche, kann ich andere Dinge wieder öffnen und zur Verfügung stellen und dadurch mehr Lebens- und Wohnqualität ermöglichen. Wie hier am Beispiel von Aarhus in Dänemark oder hier am Beispiel Singapurs. Auch da sehen wir, dass ich deutlich höhere Verkaufspreise in der Nähe dieser Naherholung, könnte man fast schon sagen, erreiche. Also wirklich in einer Megacity solche Bereiche ermöglichen, eine funktionale Mischung ermöglichen. Also ganzheitliches Planen, Denken und Bauen. Was sollten Sie wissen? Auch das können Sie wieder nachlesen. Und hier wieder die Kriterien, die dafür wichtig sind aus dem DGNB-Katalog, die die ganzheitlichen Ansätze entsprechend berücksichtigt. Und hier will ich nochmal hinweisen auf die vier Kriterien oder drei Kriterien hauptsächlich, die Sie dann auch bewerten sollen für das Projekt, um so auch den ganzheitlichen Ansatz nochmal bewerten zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und im nächsten Video geht es dann um die gestalterische Qualität und sozialen Aspekte. Auch da sehen wir wieder Zusammenhänge zu ganzheitlichen Planen und Bauen. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.